So meine Freunde, willkommen zurück und es geht auch weiter zur verbotenen Insel. Njum! Ah ja. So. Die wüste Wiege des Lebens. Aua. Vielleicht bekommen wir hier neue Fähigkeiten. Warte, warte. Der hat mich gegessen! Ach Gott. Da ist was. Guck mal, da ist ein Schild. Was ist da? Ein Schild, das wir da lang gehen sollen. Was ist rechts auf der Plattform? Ich kann einfach nicht hüpfen. Du musst schießen können. Da war doch eben in der Luft so ein Ding. Ja, aber ich kann nicht schießen. Ja, aber ich kann nicht schießen. Da kannst du die Dinger vielleicht wegspüsten. Ja, dafür musst du auch den Typ da hinten schnappeln. Aber der ist doch nicht mehr da. Na klar. Der kommt doch immer wieder. Ja. Wo ist er denn? Der hat sich versteckt. Super. Wie krieg ich's? Warte mal, ich kann doch vielleicht hochfliegen. Oder auch nicht. Mach mal die Fischer kaputt! Die Nerven sägen. Da hinten ist wieder ein Bomber. Schlange! Hol' den Bomber. Oh. Also bevor du das machst. Oha! Wo ist er denn? Dahin. Wo denn? Was ist denn hier aus vielleicht? Ah. Ich griff drei fliegende Ziele. Oh. Warte, da ist was, da ist was! Was? Wieso jetzt nicht? Ich kann nicht so durchkommen. Oh. Was? Ich lag daneben. Oh. Nein. Das brauch ich ja noch. Alter. Da oben! Wartel die! Aber wie kommen wir an den Wartel? Siehst du? Oh. Dafür brauchen wir das eine grüne Teil noch. Oh. 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 Das ist kalte Igel. Oh. Oh. Wir brauchen noch ein grünes Teil. Für den Wabbelding. Oh. 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 Da! Wadeli, wir kommen! Nein! Nein! Hier! Ah! Warte, 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 warte Warum war das so? Ah! Warte, 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 warte! Ähm?! Komm! Ta head en das, weißt du, nyin, nyin, ne? Das ist doch so ein Kack-Din. Komm hier rüber. Gibt's, denkst du, es gibt eine Serie 3? Ich weiß, was es gibt. Was? 3 und 4. Wirklich? Ja, wirklich! 3 und 4? 1. 1. Danke! Danke! Du bist so! Pass her! Meiner! Meiner! So, drei versteckte Waddle, die ich's gefunden hab. Ich muss wieder neu machen. Auf drei Seele. Super. Oh, warte, den Brauch. Wenn der hier irgendwo ist, dann muss wohl auch irgendwie sonst... Ich hab den grad umgebracht. Ja, toll gemacht. Wie immer. Oh, dieser Scheiß! Danke, dass du mich schön daneben siehst. John Vardy. John Vardy. Und ich will auch noch etwas zeigen, wie du das machst. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich hab das, was ich noch nicht so lange gegeneinander mansionieren kann. Was ist das, was ich noch nicht so lange exportieren kann? Oh... Warte. Ups. 62. Ist er wieder rein? Ja. Mann. Müll, ey. Ja, dann hüpft er nicht da rein. Ey, sie sind nicht rein. Du blödes Ding. Ab ins Wasser. Du blödes Ding. 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 Du... Ja, das war's. Oh, das war's. Okay. Warte, 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 nicht holen, nicht holen. Warum? Weil ich das so holen kann. Das ist leider. Ich habe es gesehen. Die ist aber von innen. was machst du denn und fliegst du hin weil schon dass man da hätte ja wie sollen wir denn da hin ja wie sollen wir da hin das war eine frage nicht Mein Gott. Kann ich nicht mal unten rum da? Ne. Nicht mal unten rum. Was? Kannst du nicht unter das Zeug ziehen? Nein, kann ich nicht. Weil da kann man auch durch. Aber wie kriegt man das dann weg? Damit. Wenn der nicht zerstört wird, ist das so. Mal was hochgucken. Jetzt zeige ich dir mal die rechten Dinge. So. Ein bisschen Maulwurf. Wir haben noch Maulwurf. Aua! Ein Gehen. 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 Ah! Hey, kommst du da durch? Zauberei. Ich bin Zaubermester. Zeig mal her. Wie kommst du da bitte durch? Keine Ahnung, ich bin einfach so da durchgesloopt. Warte mal, warte, komm mal her, komm mal her. Ah ja, bist mit mir also. Kann ich mit mir ziehen. Mhhhhh. Mach lieber mal das Vieh weg. Ja, der macht immer wieder neue Dinger, ne? Ja. Ich bin ganz dünn, nein. Das hat nicht gereicht. Ach, sagt bloß. Nervig muss man sein. Ich dachte, das reicht. Wir haben zwei verloren. Ja. Hier ist doch das Ding, komm. Hm. Fehlen uns zwei, ne? Ja. Ja. BAS?! Angehakt. Was war das für ein Ding? Gugelblitz. Haben wir das? Ja. Achso, wir haben nichts. Was haben wir? Da noch. Das haben wir nicht. Wir müssen. Ja, geh mal raus. Nee, nicht das nächste Level. Wir können ein Ding uns machen, eine. Ja, das von der alten. Was? Vom alten. Warum? Ist doch egal. Das, was überbleibt, machen wir dann irgendwann zwischendurch oder zum Schluss raus. Oder mit einem extra Video oder oder oder. Ja. 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 Zwei. 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 Drei Millisekunden. So. Und damit schließen wir das Video auch wieder ab. Und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin auf Wiedersehen. Tschöööö.